Hi zusammen, Bastian hier von Sacred Groove. Ich bin der Bassist, da muss ich halt durch und freue mich, dass The Other Side jetzt schon fünf Jahre auf dem Buckel hat. Ihr habt bestimmt schon viel reingehört. Mein Lieblingssong ist immer noch Ghost in the Machine, weil da der Bass gut durchkommt und live ist das doch ein absoluter Kracher. Hört wieder rein. Schönen Tag nochmal. Was ist es? Ist ja noch nicht alt. Fünf Jahre alt. Ja, vier Jahre ist es her, dass das Meisterwerk ist. Fünf. Fünf. Du hast gerade gesagt vier. Fünf, wie für Leo. Fertig. Victory.